Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Nach einer plastischen Operation wird sie anders aussehen. Bringen wir sie zum Schwein. Ich bin nicht deine Gefangene. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Sie alle wollten mich betrügen. Warum hast du uns vertraut? Wer sagt, dass ich das habe? Wir wissen, dass ich hier bin. Wir wissen, dass ich hier bin. Wir wissen, dass ich hier bin.